Hallo und willkommen zurück meine Freunde zu einem weiteren Teil Eurotrack Simulator 2. Wir haben hier Rückleidung bekommen und zwar Kaliumhydrooxid und das soll nach Duisburg hier von Rotterdam aus. Und wir sind hier unterwegs mit einem MN TGX mit 360 PS. Ach du lieber Onkel Otto. Ja Gottes Willen. Ja meine Freunde ihr wisst ja was das bedeutet. Das heißt das wird das nicht Fahr Simulator sondern Steh Simulator. So ich würde ja gerne hier vorbei. Schnell raus hier. Schnell raus hier aus Amsterdam. Amsterdam ist die Hölle. Mal direkt gucken. So sind sie die Holländer. Also wie gesagt meine Freunde wenn die ihr Palava haben wollt oder Ärger dann fahrt bitte nach Amsterdam. Und wo es noch ein Ticken schlimmer ist, ist Europort. Wie gesagt fahrt nach Europort. Da kriegt ihr richtig Alarm. So raus hier. Egal wie raus hier. Und das am besten heile. Aber ist egal. Wir haben Kaliumhydrooxid geladen und wer sich mit uns anlegen will einmal bitte drauf fahren. Und wir haben hier ganz hochgradiges Gefahrengut. Was nicht so cool ist, ist natürlich hier unser... Ja. Ne? Unser Dingens. Unser 360 PS Modell. Aber wir haben 94.000 meine Freunde. Die Firmengründung rückt immer näher. Sie rückt definitiv immer näher. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Und wir kreuschen hier hoch und kommen nicht auf Geschwindigkeit. Aber das liegt an den 360 PS. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, ich weiß. Dann kann man sich auch wenigstens mal bedanken, mein Freund. Weil man gesagt bekommt, man darf einscheren. Dass wir übrigens dem seine Ladung jetzt nicht gesehen haben, das liegt daran, dass wir das Add-on nicht haben. Ich glaube, der hat den Hubschrauber geladen. Und deswegen hat er auch die Palawa-Lampe an. Und das ist gerechtfertigt. Wir machen hier die Palawa-Lampe definitiv nur an, wenn wir Tieflader fahren. Ansonsten ist die bei uns auszuhalten. Schnell wieder auf deutschem Boden. Ach ja, ach ja. So, meine heutige Frage, meine Freunde, rund um den LKW, habe ich mir eine ganz, ganz schöne ausgedacht. Vielleicht weiß der andere das oder der andere weiß das wieder nicht. Aber dann googeln und recherchieren. LKWs, die mit einem weißen Schild vorne an der Front fahren. Also vorne an der Stirnwand. Ein weißes Schild. Oh, ich muss hier runter, oder wie? Ein weißes Schild mit einem schwarzen Ader drauf. Was bedeutet das, meine Freunde? Habe ich früher auch immer viel, viel fahren müssen. Ihr wisst es bestimmt schon alle, aber ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich es, aber ich möchte es von euch wissen. Also, die Antwort in den Kommentaren. Was bedeutet beim LKW ein weißes Schild mit einem schwarzen Ader auf? Nur ein bisschen zu spät. Ja, ich bemühe mich jetzt mal ein bisschen, die H-Taste zu drücken. Aber nicht in Kurven, weil das gibt wieder den Ärger mit dem Vermieter. Mit des LKWs, wenn wir den wieder in Einzelteile zurückbringen. So, wir treten jetzt ganz gediegen, treten wir jetzt hier auf den Knopf da unten, der sich Gaspedal nennt. Ich hatte schon mit dem Werkstattleiter gesprochen, dass er uns da unten eine Beleuchtung hinbaut, weil ich weiß nämlich nicht, wo ich hin trete. Oh, wir sollten mal ein bisschen vom Gas gehen. Hier war eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich habe nicht aufgepasst. Also, Knollen werden wir mit Sicherheit bekommen. Mit Sicherheit werden wir diese bekommen. So, jetzt werden wir jetzt einmal noch über die Grenze fahren und dann sind wir in Deutschland, Gott sei Dank. Hier war 50. Was bin ich froh, wenn wir unseren eigenen LKW haben, meine Freunde. Mann, Mann, Mann. Und es geht bergauf und merkt ihr, dass 360 Spannungen sind. Ah, jetzt gehen wir runter bis auf 57,55. Noch tiefer sogar. Oh mein Gott. Was eine Farce. Und das rührt hier. Das rührt hier und Kurven ohne Ende. Kurven ohne Ende. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Konzentrieren uns hier auf den Kurven. Und sehen uns denn im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschau und bye-bye.